Tacho, mein Name ist Karl Klotz und hier sind die Breaking News Games Spezial. Neue Erweiterungen zu Lego Dimensions stehen in den Startlöchern. Und ich bin extra für euch nach England geflogen, um ein paar exklusive Informationen herauszufinden. Fliegen ist eine wirklich aufregende Sache. Leider habe ich mich in London erstmal verlaufen, aber es gab wirklich allerhand zu entdecken. Mein nächster Versuch war dann mit dem Zug zu dem eigentlichen Zielort zugelangen. Das hat aber definitiv nicht geklappt. Schließlich habe ich dann aber doch den geheimen Treffpunkt gefunden. Und was die hier für leckere Sachen haben. Doch ich achte immer auf meine Linie. Der liebe Herr Parsons, der als Game Director bei der Entwicklung des Spiels mitgewirkt hat, hat uns erstmal die Neuerungen gezeigt und erklärt. Denn es gibt einen Haufen Erweiterungen und sehr viele neue Welten zu entdecken. Unter anderem Sonic, E.T., Gremlins, Adventure Time und viele mehr. Er meinte immer, this game is huge. Und es scheint wirklich sehr viel größer, als der erste Teil von Lego Dimension zu sein. Ich hatte dann die Gelegenheit, mir mal selbst ein Bild von dem Spiel zu machen. Und ja, es macht schon eine Menge Spaß. Meine neuen Kollegen haben mir allerdings nicht verraten, wie das mit dem Reinwarpen in das Spiel funktioniert. Und mich haben auch immer alle etwas komisch angeguckt. Naja. Es war mal eine tolle Erfahrung, als Austenreporter zu arbeiten. Das zweite Jahr des Lego Dimensions Spiel ist sehr vielversprechend und wir freuen uns schon auf die vielen neuen Welten. Übrigens wurden eure Ideen, Wünsche und Vorschläge zum letzten Video von meinem Mitarbeiter ausgewertet und unser Produktionsteam kann sich schon bald an die Umsetzung machen. Und denkt immer daran, zieht die Socken vorher aus, bevor ihr sie wascht. Tschüssi Kowski!